hallo und herzlich willkommen hier zu einem brandneuen let's play xxl und zwar zu bus driving sim 22 ein ganz neuer brandneuer bus simulator so danke dass sie unser spiel spielen dass sie unser spiel spielen wir verwenden unity analytics um zu verstehen was die spieler wollen nö so gehen wir erstmal in die einstellungen gucken wir erstmal so wir machen natürlich faustsync hoch machen wir das da hoch sehr hoch geht nur hoch sehr hoch das ist gut dass es ausgeschalten ist ja wir wollen alles ganz ganz hoch haben okay alles gespeichert hoffe ja okay so das spiel selber german passt alles jawohl ich werde das spiel übrigens mit keinem lenkrad spielen sondern mit der tastatur weil ich nämlich noch im umzug bin und das wird es auch demnächst erstmal so bleiben aber keine angst ich werde irgendwann schon mal wieder mit lenkrad spielen also so ist es nicht okay dann fangen wir jetzt mal an mit der karriere ne tutorial machen wir erstmal los geht es hier bei let's play xxl das spiel ist auch erst rausgekommen übrigens vor ein paar wochen gibt es auf steam zu kaufen da ist unser bus sieht schon mal cool aus willkommen zu bus driving sim 22 um fahren um fahren und das tutorial starten zu können müssen sie zuerst den motor ausschalten anschalten drücken sie so ganz normal ach guck mal ich glaube das haben wir verstanden oder das ist doch das ist doch so wie immer oder nicht na gut wir fahren jetzt einmal ein bisschen verkehrschelder sind häufig auf jeder straße zu finden wenn sie den verkehrszeichen nicht folgen wird ihnen eine strafe aufgelegt okay was habe ich geht es noch was für ein schild ich sehe kein schild wo ist da ein schild ist da ein schild langsame durchdrücken der bremse ok als erschein die bremstufe ok blinker ok korrekt so drücken sie f um die türen zu öffnen eine seite hallo 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 ok beim verlassen kuh ok so eigentlich einfach bleiben wir mal hier wo oh gott ampeln sind wichtig bitte respektieren sie sie sorry wo muss ich überhaupt hin achso da unten ist die karte so jetzt kann man mit dem blinken aufhören da wartet schon einer oh mein gott jetzt kann er was werden das spiel ist glaube ich noch im early access glaube ich bin mir nicht ganz sicher so ich müsste mal danke müsste mal links abbiegen achten sie auf geschwindigkeitsbegrenzungen ok 50 ok na dann so linker blinker korrekt eingesetzt ja ist doch schon mal schön ok da haben wir 70 fahren 50 stop 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 oh gott hilfe sie haben zu stark gebremst ok ok da steht ein auto ich weiß jetzt nicht ob das was für mich ist ich glaube nicht ne nö hä was was hab ich ich hab gar nichts gemacht ich hab nichts getan nichts hab ich getan herzlichen Glückwunsch ok jetzt kann man die karriere starten oh gott das kann jetzt was werden also spezifikationen freigeschaltet zum entsperren ok oh da gibt es aber mehrere busse ok dann nehmen wir gleich mal hier das erste das da wählen wie denn sieht die region aus oh was gibt es da alles machen wir mal deutschland erstmal wir haben hier bavaria münchen ja machen wir mal münchen ähm uhrzeit machen wir in der früh um elf willkürlich und jo machen wir mal medium autos man weiß ja nie ne so ok dann fangen wir doch mal an das spiel der ladt auch nicht so lange das ist auch schon mal cool so was hallo 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 und hier mal langsam hu huu nicht so schlimm eh nicht so stark nicht so schlimm hallo da hin. Nein, nein, nein. Bisschen schwierig, mit der Tastatur zu fahren, aber wir kriegen es hin. Okay, wir müssen halten. So. Was ich auch cool finde, ist, dass hier Passanten rumlaufen. Das ist auch nicht gerade selbstverständlich in dem Spiel. Jetzt könnte es mal wieder langsam grün werden, weil ich muss mal da ankommen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay. Jetzt aber. Dürfen 50 fahren. Kann knapp werden. Aber ich glaube, wir schaffen es. Ja. Guck mal. Da laufen welche mit Hunden rum. So, cool. Hallo, hallo. Da, guck mal, hier. Hunde. Sehr lustig. Next stop. Stephans Platz. Stephans Platz. Warum redet die eigentlich englisch und deutsch zusammen? Verstehe ich nicht. Next stop. Und dann sagt die Platz. Hä? Das verstehe ich gerade nicht. So, 30 darf man hier noch fahren. So, wir warten hier mal. Okay. Mein Gott. Ich stehe schon wieder richtig perfekt da. Halb auf dem Gehsteig und halb auf der Straße. Das ist wieder spitze. Ah, das ist gar nicht so einfach hier. Ach, bitte. Schon wieder rot? Gibt's ja gar nicht. Ich dein Ernst. Ich muss nur um die Ecke hier kommen. Wir blinken mal. Man sieht da unten, die Passagiere sind noch glücklich. Noch. Kann man da auch? Nee, kann man nicht. Hallo. Ich hab grün. Wieso läuft der rüber? Was solltet es? Ach, scheiße. Fuck. Ähm. Warum steht dir ein Hund einsam auf dem Gehweg? Hä? Macht er einen Spaziergang? Oder was? Oder wie? Also, das Spiel hat Potenzial, muss ich mal sagen, ne? nicht schlecht. Ja, aber da muss noch viel gemacht werden. Zum Beispiel mit dem Hund verstehe ich jetzt nicht gerade, warum der da gerade alleine da rumsteht. Naja. Wollen wir mal ein Auge zudrücken? Das sind sogar Fahrradständer. Ist egal. Naja. Wir sind zu spät. Die Stimme ist ein bisschen komisch. Einmal redet die Englisch, dann wieder Deutsch. Ist das schon unsere nächste Jahr, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist die nächste Haltestelle. Da vorne ist schon wieder ein Hund. Was ist das? Ist das hier die Stadt der verlorenen Hunde, oder was? Gibt's ja gar nicht. Am Ende steigt hier gleich ein Hund ein und sagt hier noch Hallo. Da auch da vorne. Was ist das? Herzliche Glückwunsche. Okay. Okay, das... Ja. Sag ich mal nichts dazu. Oh, es regnet. Gibt's hier auch einen Scheibenwischer? Ah, was so. Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Kontrollen. Genau, Kontrollen. Äh, U. Okay. Mit U. So. Achso, scheiße. Ja, das war jetzt mein Fehler. Mein Fehler war das. Ja, sieht nicht schlecht aus, das Spiel. Muss ich sagen, also. Die Grafik ist... Ja, passt schon. Die Übersetzung muss halt noch ein bisschen gemacht werden und ja... Ein paar Fehler sind schon noch da. Aber da gibt's bestimmt eine Menge Updates im Spiel. So, nächste Haltestelle. Müssen wir wieder blinken, dass wir hier anhalten. Ah, Hilfe. Das hat ein bisschen was von Omsi. Das drückt doch. Das sagt jetzt schon die Haltestelle-Anzeige, wo ich hier mal weggefahren bin. Na, Gott. Das muss immer rot sein, ne? So, ich muss jetzt einmal rumfahren. Warte mal, kann man da... Da. Wettersteinplatz. Ja, das sind deutsche Haltestellen. Warum sagt ihr dann Next Stop? Hä? Das muss doch heißen, nächste Haltestelle oder so. So, dann... Drehen wir hier mal... und halten da an. Das ist wirklich München, ne? Das ist wirklich München, ne? Das kennen wir doch aus Tramsen, München. Was ich auch ein geiles Spiel finde übrigens. So, blinken. Grünes Licht überquert. Also, ich muss auf jeden Fall ein paar Punkte sammeln, damit wir einen neuen Bus bekommen. Okay, was bedeutet das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Führerschein. Schöne. Haha. Schöne. Schöne. Anstatt Schule. Wie schön. Schöne. 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 Hallo. Hallo. Ist immer die gleiche Stimme. Das hab ich jetzt verstanden. Das hab ich jetzt verstanden. Andreas Straße. Gibt's hier auch die Sehenswürdigkeiten davon? Irgendwär, ich hab noch gar nichts gesehen oder ich bin... Oder es gibt hier gar keine. Ich glaub hier muss sie nicht blinken, ne? Hallo. 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 Ach ja. Okay. Ich hab irgendwas von Flutschi verstanden. Versteht ihr das, was sie sagt? Ich versteh nichts. Warte, warte, warte. Moment. Ich muss ja blinken. Ich muss ja hier... Leg ich's reinfahren. Die nächste Straße rein. Wie immer die heißt. Was ich cool finde, sind die Geräusche vom Regen. Die hören sich echt gut an. Ja, kann ich mal. Danke. Vielen Dank. Oh, langsam, langsam. Ah, nicht so viel. Okay. Es werden Erinnerungen wach an den Bass und alles. So, dann mal einsteigen. Hallo. Hallo. So, wir können gleich mal hier hervorfahren. Wir müssen hier gleich abbiegen. Oh, oh, oh. Ich glaub, das war jetzt wieder Stephansplatz. War ich da nicht vorhin? Aber ich mach immer ne andere Route, ne? Was war das grad? Über Nebel. Hallo. Türen schließen. Was ist da? Die Woh-Straße? Hat die Humboldt-Straße gesagt? Vergesst nicht mal den Blinker auszuschalten. Das ist immer so... ...berückt. Okay. Also, ich bin gut in der Zeit, oder? Ja, bis jetzt noch keine Verspätung. Wahrscheinlich, weil ich es schon gewohnt bin. Mit den ganzen Busspielen. Wie viele Haltesteine kommen eigentlich? Hm. Ah. Ja. Herzliche Glückwunsche. Jetzt, wo man von Teufel spricht, ne? Ja, wir können ja noch was machen. Uh, was ist jetzt los? Okay. Neue Strecke. Es geht weiter. Sie haben vergessen, beim Linksabbiegen zu signalisieren. Was? Warum? Ich fahr geradeaus. Was ist jetzt von mir? Hä? Muss ich das verstehen jetzt? Hä? Uh, Motor steht da. Geil. Marianne Platz. Mhm. Marianne Platz. Ja. Hallo. Guck mal. Kaffee-Stand. Hä? Wohoho. Oh, das war knapp jetzt. Hier ist Einbahnstraße, da fahren wir nicht rein. Ich glaube, da darf man nur in eine Richtung fahren. Vorfahrt gewähren. So, hier ist ein Stoppschild, da müssen wir stoppen. Einmal. Wir müssen eh stoppen. Guck mal. Guck mal, da läuft mir ein Hund rum. So lustig. Das finde ich süß irgendwie. Sie haben am Schild nicht angehalten. Doch, habe ich. Ihr seid alle Zeugen, ne? Ich habe angehalten. Was soll denn das? Mich da so beschuldigen? Guck mal, ein Springbrunnen. Ich werde verrückt. Sogar das Wassergeräusch. Pff. Geil. Ja okay, das Wasser sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Bisschen billig. Aber immerhin ein Brunnen, ne? Und Wassergeräusche. Oh, der Brunnen sieht hässlich aus irgendwie. Und das Wasser sieht auch billig und hässlich aus. Bitte mal nachbessern, liebe Entwickler. Wo müssen wir hin? Gerade, oder? Ja. Drückeberger Gasse steht da oben. Ja, wir sind schon wieder zu spät. Wir wissen es. Das ist ein Motorroller. Ah, die Stadt sieht schon schön aus. Muss man schon sagen, ne? Dass hier auch Leute mit Hunden rumlaufen, finde ich cool. Nice. Würde man sagen. In der heutigen Sprache. Es sind auch immer die gleichen Pappnasen, ne? Die da rumlaufen. Next time. So. So. Fahren wir weiter. Wieder eine rote Ampel. So. Ich werde wahrscheinlich von diesem Spiel ein Let's Play machen. So wie es aussieht. Weil es ja ein Busspiel. Das können wir ja im Wechsel machen mit dem... Bus Simulator 22, was wir noch haben. Wenn ihr möchtet. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Hätte ich nichts dagegen. Hallo. Warum geht eigentlich nur die eine Seite hier auf? Hm. Next time. Nagelhausstraße. Nagelhausstraße. Oder was? Naja. Wird schon seinen Grund haben, ne? Warum man nur die eine Seite aufmachen kann. So. Stopp. 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 Na einsteigen Muskelmann Und die Steuerung ist auch simpel gehalten Muss man mal sagen So wir müssen hier reinfahren Oh Gott Es hält so an als wenn gleich der ganze Bus auseinanderfällt Hallo Hallo Was hatten die für ein Oberteil Habt ihr das gesehen Wie die 70er Jahre Wie die Blumen Irgendwie geht mir die Ansage auf den Sack Kann ich auch machen Hat der gesoffen oder was Soll das Die macht ihren Job richtig motivierend Da ist der geile Brunnen wieder Der geilste Brunnen ever Ah nee Bisschen belebter könnte es hier sein Na ja Schauen wir mal So Vielleicht die Ansage bei den anderen Bussen Bei den anderen Bussen noch anders und besser Weiß man ja nicht Okay Herzstraße wie immer Ist da ein Unfall Nee Hey was ist da los Wollte ich verarschen Sag mal Geht's noch Oh Gott Schönes Tattoo So Noch ein Platz Warum hat man dieser Frau die Ansagen machen lassen Die hört sich so komisch an Ach was reg ich mich auf Bringt ja nix Oh Zu steig gebremst Hallo Hallo Schön einsteigen Ich glaube Rosenbucht hat die gesagt Man weiß es nicht so genau Oh Gott wo fahren wir hin Hilfe Alter Geht hier ab Keinen Jump machen hier Oh Okay Wir haben's So Weiter Eine Fahrt machen wir noch Die letzte Und dann ist Schluss So Wo müssen wir hin Erst einmal Scheibenmischer einschalten Wir fangen immer da an Wo wir aufgehört haben Oder Kann das sein Bitsch wieder hier Einsteigen es regnet Wieder zackig Ich höre dir mal Musik So Ja sehr gut Mach ich doch schon Ich bin ja schon dabei So Hier reinfahren Hier ist Zeitungen da vorne Wenn ja ist das ein komischer Kiosk Schon wieder Ah ne jetzt kommt die Straße Und hat man den Platz Ah Wohnwagen Hilfe Die Holländer sind da Nichts gegen Holländer Nee der stellt sich da hin Den sehe ich auch immer wieder Den Typen da Na Ach scheiße Ich habe vergessen zu flinken Mist Ohohoho Du musst keinen Unfall bauen hier Ja da war ich vorhin schon Die Busse stehen immer noch da Hallo 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 Tch Tch Nächster Kerststraße So, Freundchen. Wir. Jetzt fahren wir mal gemütlich dahin. Zur nächsten Statione. Hallo. Grüß Gott. Pff. So. Alternativerfahrt ist dann Schluss für das XXL. Und dann glaube ich habe ich genug gezeigt. Und ich kann die Stimme auch langsam nicht mehr hören. Oh. Sorry. Wir waren hier überall schon. Ist das mit die gleiche Gegend? Hallo. Grüß Gott. Na? Wilhelmstraße. Wilhelmstraße. Das habe ich jetzt verstanden. Das konnte er meiner nur verstehen. Oh. 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 Ganz. Nach ein paar Metern schon wieder hier. Ampel. Zu verbieten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Ist ja sehr. Ist ja sehr. Sehr einfallsreich die Nummer. Gleich mal anrufen da. Ob das kein Fake ist. Muss es immer regnen. Das nervt ja. Ich brauche 10.000 Punkte um das glaube ich freizuschalten. Das nächste Teil. Kann ein bisschen dauern. So. Hallo. Frau Tattoo. Geht schön im Gänsemarsch da. Aus dem Zug. Let's start. Let's start. Let's start. Diesmal vergesse ich nicht den Blinker auszuschalten. Also mit Lenkrad spielt sie das bestimmt besser. Hä? Wieso? Hä? Was ist das gerade nicht grün? Ist grün. Oh. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Hallo. Da liegt ein Müllsack auf der Straße. Wo ist die Müllabfuhr? Was soll das? Kann aber nicht wahr sein. Ja. Wir können gleich links geblinkt lassen. Weil wir müssen da eh lang. Alter. Was ist da los? Was war das? Was war das? Motorrad oder was? Seh nix. Seh die Ampel nicht. Jetzt. Ich dachte jetzt kommt hier ein Motorradfahrer vorbei. Aber nein. Das ist natürlich zu viel verlangt. Aber gehört hat man's. Oh das war ein Rasenmäher. Das kann auch sein. So ein Sitzrasenmäher oder so. Oh mein Gott. Ich möchte nicht mein eigener Busfahrer sein. Oh Gott. Ok. Zweimal der gleiche Mann. So. Nächste. Kann es sein, dass die Routen immer länger werden? Der scheiß Blinker, ne? Da steht schon bei den ganzen Leuten. Oh, ich hab ne Rupe. Tut, tut. Habe ich kein Grün? Gibt's ja gar nicht. Jetzt gleich, oder? Ja, jetzt. Dafür müssen wir hier wieder anhalten. Ich will grün. Ich will grün. Grün, 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 grün. So, komm schon. Jetzt. Jetzt. So, jetzt aber. Ach, da hinten steigen sie aber aus, ne? Deswegen dauert das länger. Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. So. Kommen wir jetzt zum nächsten. Ja, es war noch grün. Das stimmt. Hallo. Hallo. Kann ich auch machen. Immer dieselbe Tonart. Kommt immer gut an. Oh, guck mal, was ist das denn? Ist ja geil. Ne Radarfalle. Oder Radarmesser, oder wie das heißt. Ach, genau gemessen, wie schnell ich fahre. Okay. Ich bin gespannt, ob der automatisch dann ansagt, wann ich den nächsten Bus kriege. Da bin ich mal gespannt. Ja, nicht hupen hier. Was soll das da? Ich bin im Bus, du Depp. Kannst du mir nicht für mich bingeln. Können wir gleich blinken. Müssen wir rechts rum. Und einhalten. Brav. Da ist wieder ein Kiosk, ich kriege Hunger. Magen knutscheln. Und ihr seid schuld. Ihr Entwickler seid schuld. Sehr schön, das war's schon. Herzliche Glückwünsche. Weiter. So, jetzt gucken wir mal, was als nächstes kommt. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Wir sind immer noch da, okay. Gut, dann gehen wir mal ins Hauptmenü. Äh, b-b-b-b-b-b, Hauptmenü. So, was haben wir denn da? 20.000 XP, okay. Ähm, wen sieht die Route aus? Achso, das da müsste ich noch machen und dann kommt das nächste oder was? Oder wie? Na gut. Das können wir ja immer noch machen. Also, dann. Sehen wir unten. Da war's freigeschaltet. Freigeschaltet, achso, guck mal. Wählen, wählen. Okay. Also, es gibt schon mal neue Busse. Da können wir schon mal beim nächsten Mal gucken, was wir nehmen. Und was wir dann weiterhin fahren. Also, dann sehen wir uns in Let's Play wieder. Von diesem Spiel hier. Also, das werde ich auf jeden Fall machen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal und schaltet die Glocke ein. Und dann sage ich auch bis zum nächsten Video. Tschüss.